Maximilian Osterhelwig, erstmal eine Quizfrage zum Anfang am 7. September 2013. Wissen Sie, was da passiert ist? Ich nehme mal an, Sie sprechen meinen Doppelpack an. Dreierpack. 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 Ein paar Sonntage. Ach krass. Ja, das ist schon ein paar Sonntage her. Dass Sie sich erinnern können. Schön. Ja, das stimmt. Also ich kann mich nicht erinnern, aber wir haben es nachgelesen. Also vor zehn Jahren der letzte Dreierpack. Heute wieder drei Tore für NL Cottbus. Ja, was werden Sie Ihren Enkeln mal von diesem Spiel erzählen? Ja, das sind immer besondere Momente. Aber nichtsdestotrotz gilt der Verdienst der Mannschaft. Und das war heute extrem wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben. Meine Tore sind zwar schön, aber am Ende des Tages gibt es heute auch nur drei Punkte. Und die wollten wir unbedingt holen. Von daher ist es schön, dass es heute so gut geklappt hat. Es sah so aus, als ob der Matchplan komplett aufgegangen ist. Die Babelsberger ein bisschen kommen lassen. Vielleicht auch die Frühführung hat geholfen, oder? Ja, definitiv. So ein frühes Tor gibt immer Selbstvertrauen. Wir haben es am Ende auch sehr, sehr gut ausgespielt. Gerade unsere Konter. Ich glaube, wir hätten noch das eine oder andere Türchen mehr machen können heute. Aber wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Es war schon phasenweise sehr, sehr gut. Und es gibt immer noch Dinge, die wir besser machen können. Also von daher ist es schon okay. Es war eine kleine Machtdemonstration am Ende. Was bedeutet das für die Regionalliga Nordost? Energie wieder Spitzenreiter? Ja, das ist ja unser Anspruch. Wir wollen aufsteigen. Ist ja klar. Der Verein hat ambitionierte Ziele. Und deswegen, wir verfolgen die auch. Maximilian Osterheilweg hat drei Tore geschossen. Ein Spieler, der zuletzt nicht in der Startelf stand, sich auch wieder ran kämpfen musste. Wie wichtig ist das für ihn persönlich? Auf jeden Fall. Also ich glaube, die ganze Mannschaft freut sich. Er freut sich bestimmt erst recht. Das ist toll, wenn so ein Spieler dann reinkommt, nicht aufgibt, immer im Training Gas gibt. Und sich dann heute mit so drei Toren belohnt. Gut für die Mannschaft. Ich hoffe, dass er es im nächsten Spiel gleich mal wiederholen kann. Er hat im Training weiterhin Gas gegeben. Er ist früh geblieben, Füße stillgehalten. Selbst in seinem hohen Alter ist er trotzdem noch ehrgeizig. Gibt trotzdem weiterhin Gas. Er will dann in die Mannschaft rein und hat sich dann heute noch belohnt. Umso schöner. Das sind die Zeichen, die wir brauchen von den Jungs, die sich reinbeißen müssen. Das ist hoffentlich ein Zeichen an alle. Nicht nur an die, die vielleicht mal hinten dran sind, sondern auch an die, die spielen. Dass wir einen brutalen Kader haben. Dass jeder, der reinkommt, die Möglichkeit hat, Spiele zu entscheiden. Maxi war es heute. Wenn das nächste Woche ist, dann auch gerne. Aber das zeigt, was wir für eine brutale Qualität haben. Und nochmal zu Ihnen persönlich. Sie mussten jetzt ein bisschen warten, dass Sie wieder in die Startelf reinkommen. Nach anderthalb Monaten wieder zurück. Wie wichtig sind die drei Tore dann auch für Sie persönlich? Ja gut, jedes Tor gibt natürlich Selbstvertrauen. Ich meine, wenn man zuletzt auf der Bank war, nicht so viele Minuten bekommen hat, das gibt einem natürlich Selbstvertrauen. Das hat gut getan. Und jetzt gilt es halt weiter hart zu arbeiten, sich nicht auszuruhen, sondern im Gegenteil noch mehr zu machen. Und deswegen den Anspruch habe ich auch an mich selber, der Mannschaft zu helfen. Und von daher hat es heute mal ganz gut geklappt. Danke, Dach. Wenn Sie nichts